So, herzlich willkommen zu diesem neuen Wurfenkanal und zwar heute gibt es ein kleines Update-Video, denn heute um 17 Uhr wird kein Video kommen, denn das wird auf die nächsten Tage verschoben, nicht weil ich zu wenig Zeit habe, sondern aus dem einen Grund, weil ich weiß, dass ein Diss-Track geplant ist, mehr möchte ich nicht sagen und da möchte ich gerne drauf reagieren, natürlich halt gut ohne Facecom halt, aber trotzdem, ich denke es wird cool werden, deswegen, er kommt entweder heute Abend noch, kommt er raus oder morgen Mittag und das heißt, so circa wahrscheinlich auf morgen werde ich mein Video dann verschieben, entweder morgen Abend 17 Uhr oder halt am Montag Mittag dann. Also ich werde versuchen, das Video möglichst zeitnah hochzuladen noch, aber ich dachte mir, das ist einfach wichtiger, weil wenn ich jetzt ein anderes Video genommen hätte und ich wieder meinen Uploadplan großartig einhalten und nicht drei Videos in einer Woche bringen, dann hätte ich es wahrscheinlich erst nächsten Samstag hochgeladen und so habe ich mich dann dazu entschieden, das Video auf die nächsten Tage zu verschieben, ich weiß noch nicht genau, wann er genau rauskommt, aber sobald er rauskommt, werde ich drauf reagieren und ich freue mich enorm drauf, deswegen kommt heute leider kein Video, das nächste Video kommt auch definitiv und ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ich hoffe, dass ihr dann bei dem eigentlichen Video dabei seid und ciao, Leute.